Starke vs. Schwache KI – eine Entwirrung der Mythen Künstliche Intelligenz ist zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden, von virtuellen Assistenten wie Siri und Alexa bis hin zu Empfehlungssystemen auf Netflix und Amazon. Es besteht jedoch nach wie vor der Irrglaube, dass künstliche Intelligenz mehr kann als der Mensch, einschließlich eines menschenähnlichen Verständnisses und logischer Fähigkeiten. Um diese Missverständnisse aufzuklären, ist es wichtig, zwischen schwacher KI und starker KI, den beiden Paradigmen der KI-Forschung, zu unterscheiden. Schwache KI vs. starke KI Schwache KI, auch bekannt als enge KI, ist für bestimmte Aufgaben wie Bildklassifizierung, Spiele oder Spracherkennung konzipiert. Diese Systeme zeichnen sich durch die ihnen zugedachten Funktionen aus, können aber die Ursachen hinter den von ihnen verarbeiteten Daten nicht verstehen oder ableiten. Sie arbeiten auf der Grundlage vordefinierter Regeln und großer Datensätze und weisen eher behavioristische Merkmale auf als echte kognitive Prozesse. Deep Learning, eine Untergruppe der schwachen KI, verwendet beispielsweise künstliche neuronale Netze, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, verfügt aber nicht über echtes Verständnis oder Bewusstsein. Im Gegensatz dazu zielt die starke KI oder künstliche allgemeine Intelligenz, AGI, darauf ab, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen nachzuahmen. Dazu gehören logisches Denken, Verständnis und die Fähigkeit, wie ein Mensch aus Erfahrungen zu lernen. Starke KI ist nicht nur ein Werkzeug zur Problemlösung, sondern soll auch über echte mentale Zustände, Bewusstsein und die Fähigkeit zur Vorstellungskraft verfügen. Trotz ihrer theoretischen Anziehungskraft bleibt starke KI ein schwer erreichbares Ziel, da es den derzeitigen KI-Systemen an gesundem Menschenverstand und der Fähigkeit mangelt, die verborgenen Prozesse hinter den von ihnen analysierten Daten zu verstehen. Missverständnisse über KI-Fähigkeiten Ein großer Irrglaube ist, dass KI die menschlichen Fähigkeiten in allen Bereichen übertreffen kann. Zwar können KI-Systeme den Menschen bei bestimmten Aufgaben, wie zum Beispiel beim Schach- oder Go-Spielen, übertreffen, doch verfügen sie nicht über das ganzheitliche Verständnis und die kognitive Flexibilität, die der menschlichen Intelligenz eigen sind. Heutige KI-Modelle, die intensiv lernen, sind in der Lage, riesige Datenmengen zu verarbeiten und Vorhersagen zu treffen, ohne jedoch den Kontext oder die Kausalität hinter den Daten zu verstehen. Außerdem vereinfacht der Mythos, dass KI nur aus Algorithmen besteht, die Komplexität. KI-Systeme beruhen nicht nur auf Algorithmen, sondern auch auf hochwertigen Daten, effektiven Benutzeroberflächen und interdisziplinärer Forschung. Die Reduzierung von KI auf eine Reihe von Algorithmen ignoriert den breiteren Kontext ihrer Entwicklung und Anwendung. Die praktischen Auswirkungen der schwachen KI Trotz der Grenzen der schwachen KI sind ihre praktischen Anwendungen tiefgreifend. Schwache KI-Systeme bieten skalierbare, effiziente Lösungen für den Umgang mit großen Datenmengen und sind in verschiedenen Branchen inzwischen allgegenwärtig. Von Spam-Filtern und Empfehlungssystemen bis hin zu Sprachassistenten und Navigationstools. Schwache KI verbessert unser tägliches Leben durch die Automatisierung und Optimierung von Routineaufgaben. Das schwer fassbare Ziel der starken KI. Starke KI, die eine menschenähnliche Wahrnehmung und ein menschenähnliches Verständnis verspricht, ist nach wie vor Gegenstand umfangreicher Forschungen und Diskussionen. Einige sind der Meinung, dass sich die künftige Forschung auf die Entwicklung von generativen Vorhersagemodellen, CGPMs, konzentrieren sollte, die die Fähigkeit des menschlichen Gehirns nachahmen, die Ursachen für sensorische Eingaben zu erkennen und zu verstehen, um starke KI zu erreichen. Die Verwirklichung einer starken KI ist jedoch mit ethischen und praktischen Herausforderungen verbunden, darunter das Risiko der Manipulation und die Notwendigkeit, dass diese Systeme mit langfristigen, auf Homöostase ausgerichteten Zielen in Einklang stehen. Die Entwicklung einer starken KI ist jedoch noch ein weit entferntes Ziel. Fazit. Die Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI hilft, gängige Mythen über KI-Fähigkeiten zu zerstreuen. Während schwache KI-Systeme wertvolle Werkzeuge für bestimmte Aufgaben bieten, bleibt starke KI ein theoretisches Konzept, das noch weit von der Realisierung entfernt ist. Die Anerkennung dieser Unterschiede ist von entscheidender Bedeutung für die Festlegung realistischer Erwartungen und die Ausrichtung künftiger KI-Forschung und Entwicklung. Während sich die KI-Technologie weiterentwickelt, ist es unerlässlich, sich auf ethische Überlegungen zu konzentrieren und sicherzustellen, dass diese Fortschritte dazu dienen, das menschliche Potenzial zu verbessern, anstatt es zu überschatten.